Hallo zusammen, hier ist wieder Eutschela und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guard präsentieren. Heute geht es um insgesamt drei Toys und die können wir alle an derselben Stelle kriegen. Und zwar bin ich jetzt hier in der zweiten Zone, einmal den Ebenen von Onara. Und hier haben wir ein Lager, Madokai schimpft sich das. Und dort gibt es insgesamt drei Toys, die wir uns auf einer Stufe holen können, und zwar auf einer Rufstufe. Wir haben nämlich hier einmal verschiedene Fraktionen und eine Fraktion ist hier die Zentaurin der Madok. Und bei diesen Zentaurin der Madok gibt es auf Stufe 3 hier Zentaurin-Einrichtungen. Und da können wir uns dann insgesamt drei Spielzeuge ergattern. Das Gute ist, wenn ihr auf Stufe 3 angekommen seid, kriegt ihr direkt eine Quest, die wird dann auf der Map angezeigt. Und dann könnt ihr euch eins von diesen Toys gratis holen und die anderen beiden könnt ihr euch dann dementsprechend beim Händler kaufen, gegen verschiedene Ressourcen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr seht, hier ist schon einmal der Rüstmeister und der hat auch schon diese Quest. Die seht ihr dann hier auf der Map auch. Wenn er dann hingeht, haben wir ja hier insgesamt diese Toys. Also ich bin jetzt auf Frühstufe 4 und dementsprechend habe ich das Dreierding anlockt. Das ist einmal der Kochtopf der Madok. Dann haben wir bequemer Pelz der Madok und sehr bequemer Pelz der Madok. Und ja, dann schauen wir mal rein. Wir haben jetzt nämlich hier die Quest, die können wir direkt abgeben. Und eins von denen können wir jetzt aussuchen. Das habe ich jetzt eben mit dem Zwing schon gewählt. Deswegen werden wir das jetzt hier auswählen und lernen das einmal. Zack, das haben wir gelernt. Dann lerne ich mit meinem anderen Char das andere Teil. Dann haben wir schon mal zwei. Und jetzt, wenn wir zum Händler gehen, haben wir das letzte, den Kochtopf. Dafür brauchen wir dann quasi ein paar Vorräte Dracheninseln. Die kriegt man ja aus allen möglichen Kisten und so raus. Und hier brauchen wir noch ein Serevit-Erz. Und da habe ich mir einfach zwei Stücke gekauft. Wichtig, ihr müsst qualitativ Städtstufe 2 kaufen. Bei den anderen waren es, glaube ich, jeweils Belgen. Belge, die gibt es aber auch im Auktionshaus. Heißt, wenn ihr jetzt mit einem Char unterwegs seid und euch noch ein anderes Teil kaufen müsst, müsst ihr halt einfach schauen, was ihr im Ahr braucht. Oder vielleicht seid ihr ja selber Kirschner oder Bergbau und könnt euch die Sachen so besorgen. Gut, das lernen wir auch. Und, achso, ich zeige euch vielleicht nochmal auf einem Map, wo die Koordinaten sind. Also wir sind hier bei den Koordinaten 59, 37. Dann schauen wir uns die drei Toys einmal an. Und da gehen wir jetzt hier mal rein. Einmal den Kochtopf. Was machen wir damit? Stellt einen Kochtopf der Modul auf, der das Kochen ermöglicht. Das machen wir jetzt mal. Schauen wir mal, ob der fancy aussieht. Okay, das ist ein ziemlich billiger Kochtopf, kann das sein? Also ich habe jetzt noch mehr, ich habe jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt. Okay, aber da können wir auf jeden Fall kochen. Ist ein bisschen ein mickriger Kochtopf. Ich dachte, diese Zentaurinnen haben einen großen Hunger. Und dann Pelz. Haben wir hier noch zwei Sitzmöglichkeiten. Jetzt machen wir erstmal den bequemen Pelzstapel. Ah ja, da können wir uns dann einfach ein bisschen drauf hocken. Okay, ist ein Gefährt sogar, also müssen wir hier verlassen. Und dann machen wir mal noch die sehr bequemen Pelz. Also ich weiß nicht, der Pelzstapel sieht irgendwie bequemer aus. Da hocken wir uns auch hin. Ja, ist ganz nice, ne? Wenn man so ein bisschen RP machen will, kann man vielleicht so ein bisschen die Pelze auslegen. Ist jetzt nicht so meins. Aber ist ein nettes Toy. Sind wieder insgesamt dann drei Toys mehr. Und ja, das war es mit dem kleinen Toyguard. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. und dann